Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mist Survival. Wir haben jetzt ein Auto, das fährt und das werden wir jetzt auch ausnutzen. Wir haben es von der Zeit, oh ne, noch nicht ganz, wir müssen vorher noch die Nacht über dauern. Zwei Zahnräder, was war das? Reload Bench, Säge, Repair Bench, Material, hier fehlt doch noch eins und zwar die Munitionswerkbank. Reload Bench, Repair Bench, Säge, Werkbank, nö, ok. Aber das hier wollten wir nochmal neu ausrichten. In der letzten Folge haben wir ja, die ist schon wieder da, in der letzten Folge haben wir ja unser kleines, wunderbares Auto aufgebaut. So, jetzt muss ich kurz gucken. Hier ist das Teil. Da werden wir das hier so an die Ecke stellen. Na, komm. Ja, ein Stückchen weiter rein könnte es noch. Äh, ein Stückchen weiter, ach so. Hahaha. Und ich würde mal sagen, die Baumaterialien werden wir auch ganz schnell zusammenkriegen dafür. So, wir waren jetzt hier an der Ecke. Dann stellen wir das hier hin. Jo, das reicht so. 20 Steine, 20 Holzbretter, 30 Nägel, 20 Komponenten. Äh, Komponenten. 8, 16 und hiervon die Hälfte sind wir bei 20. Nägel haben wir 6 Stück. Steine haben wir 1. Holzbretter haben wir 4. Äh, 2, 4, 8, 16, 20. So. Wir brauchen mal wieder die Säge dazu. Und ja, ich trinke gleich was. Und zwar hier. Äh, da. Nur eine kleine Schlucke. Denn die Nacht bricht ein, dann verlieren wir eh wieder Durst. So, hier. Das, 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 das. Genau. Genau. So, dann haben wir 20 Holzbretter, 20 Komponenten. Dann müssen wir mal sehen, wie wir Nägel herstellen. Ich glaube, dazu brauchen wir Metallschrott. Und den müssen wir uns wieder farmen gehen. Oh. Und es ist Nacht. Die überspringen wir wieder ganz schnell. So, da ist er wieder. Entschuldige ich den kurzen Cut, äh, meine Ex-Frau und meine Tochter sind gerade nach Hause gekommen. Und, beziehungsweise gestern. Es ist schon der nächste Tag, wo ich weiter spiele. Und ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mal mehr, wo ich stehen geblieben bin. Außer, dass ich hier fast verdurste und verhungere. Äh, Essen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten Sachen, äh, aufrüsten wieder. Genau. Und die waren bestimmt hier draußen, wenn mich nicht alles täuscht. Hammer und Siegel. Der Hammer fehlt. So. Hallo, bauen. Ui, wir brauchen bald neuen Hammer. Und Nägel. Das heißt, wir brauchen ganz viel Metallschrott. Und Steine. Steine, Steine, Steine. So, nach Nebel sieht es mir noch nicht aus. Aber da liegt einer, der die Nacht nicht überlebt hat. Der hat eine Kartoffel. Toll. Oh, guck mal. Oh, guck mal, Blaubeeren. Die gönnen wir uns nachher. Ja. Ich brauche Steine. Steine. Und dann muss man Nägel herstellen. Ja, wir gehen uns erst mal ein bisschen Metallschrott holen. Das heißt, wir gehen jetzt Autos kaputt machen. Oh, guck mal. Oh, Gottchen. Meine Güte ey! Autofahrt in game ist schwer wie im real life. Und im real life kann ich nicht mehr Autofahren. So Metallschrott. Da kam keine Batterie raus. Schade. Und das nächste Auto. Hier müsste man noch ein bisschen was ändern. Diese Pixel die hier rumfliegen sehen ja aus wie Steine. Ja genau. Und da war das Auto weg. So wenn wir Steine hier rumliegen sind, sammeln wir die natürlich auch noch mit ein. So wie hier. Ach ja. Und wir strafen, dass jetzt nicht gerade Nebel auftaucht. Sonst wären wir am Arsch. Und wir wollten noch mal in die andere Militärbase weiter looten gehen. Genau. Wo sagt mir das keiner? Äh wie viel haben wir jetzt? Sechzehn. Gut wir fahren erstmal damit wieder zurück. Das Holzbrett dort lassen wir liegen. So. Äh. So. Äh. Hier. Steine rein. Sehr schön. Hier erstmal schnell zu machen. Nicht dass wir überrascht werden. Nägel. Gleich mal ein paar mehr herstellen hier. Neu. Neu. Es fehlen noch 14 Stück. Das ist jetzt beinlich gewesen. Äh. Äh. Essen. Ich hab schon so viel Durst verloren. Ernsthaft? So, der Hammer ist kaputt. Dann nehmen wir uns den nächsten. Warum liegt hier ein Stein? Scheiße! Oh Gott! Oh, das war jetzt knapp mit dem Nebel. Holy! Nee! Tu mir das nicht an, ey! Wir brauchen noch zwölf Steine. Eins, zwei. Da liegt einer. Guck mal, was der am Inventar hat. Wenn er überhaupt was hat. Nee! Boah, aber das war jetzt hier, ne? Knappheit pur! Ich will doch einfach noch Steine sammeln. Zwölf Stück brauchen wir und ich dehydriere schon wieder. Was ist hier los? Warum ist das mit dem Wasserverbrauch hier so krass? Hm. Schade auch, dass sich die Blau gar nicht stacken? Äh, ach, das ist die alte, bei der wir schon waren. So, wie viel haben wir? Jupp. Reicht. Das sind 13 Steinchen. Aber wir nehmen natürlich noch mehr mit, wenn wir mal welche sehen. Ein Blatt. Davon haben wir erstmal genug. Ähm. Ja. Und da liegt noch einer. Und es ist fertig. Und wir können jetzt eine Sache schmelzen. Sehr schön. Und hier können wir Sachen herstellen. Das gefällt mir. Hunger habe ich auch schon wieder ganz schön hier. So, hier haben wir alles fertig. Da fehlt nur noch das und das. Ähm. Stein kann hier rein. Die Kartoffel kommt erst mal hier rein. So, dann fangen wir hier an. Ähm. Hier kann man nicht anfangen. Hier kann man auch nicht anfangen. Aber hier kann man was dazu schmeißen. So. Die Nägel waren hier mit drinne, glaube ich. So, dann trinken wir mal kurz was. Äh. Ne, das machen wir dann später. Hier ein Knusperriegel. So. Ingame-Zeit. Oh ne, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir leider nicht mehr. Sonst wäre ich jetzt noch mit euch in die Militär-Base gefahren. So, zwei, zwei, sechs, sechs, vier. Ach, du hast du Neimatland. Das braucht ja alles ganz schön viel hier. Ähm. Das hier unten kann bleiben. So wie es ist erst einmal. Hm. Ich brauche halt noch Seiler. Und ich hoffe mal, ich finde demnächst welche. Ich werde jetzt die Folge hier aber erst mal beenden. Ähm. Und wir sehen uns wieder, wenn ingame ein neuer Tag angebrochen ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.